Ich denke, ich sollte ja hinterher kommen. Noch nicht, ich komme da erst raus. Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Kommt mal rein. Das Motto des heutigen Videos, Festtool, Hashtag, wollt ihr mich verarschen? Kleines Halt-Update und was die nächsten Wochen noch passiert. Hier seht ihr schon, nächste Woche, Donnerstag, kommt ein feffes Gewinnspiel. Hier ist alles schon da. Wir gucken jetzt mal bei Festtool rein. Wie ihr auf Instagram vielleicht schon mitbekommen habt, habe ich mir ja einen Akkuschrauber zerlettert. Der war hier unten komplett alles zerrissen. Da sieht man deinen Doppelkinn. Ich habe keinen Doppelkinn. Ich habe mir ja hier unten alles zerrissen gehabt. Der ist aus dem ersten Stock geflogen. Und ich dachte, es wird schwierig, den einfach umtauschen und reparieren zu lassen. Zuerst einmal, das ganze Ding ist ja unbezahlte Werbung, ja. Aber schon so heftig, krass positiv überrascht, dachte ich mir, müssen wir mal reingucken. Wenn man mal hier aufs Datum guckt, am 14. ging es weg. Ich bin einfach bei Formschul, habe das Ding hingestellt. Ich habe mir eine geile Ausrede einverlassen, warum es auch noch gefallen ist. Und am 18. ging es schon wieder zurück. Wahnsinn. Einfach mal eine Woche und alles war geritzt. Das ist heute die Kamerafrau. Geile Sau. Und wie gesagt, Donnerstag kommt das Gewinnspiel. Also denkt dran, es wird bunt. Hier ist ganz schön viel Ordnung. Allerdings, nehmt es jetzt mit Humor, das Nächste. Das Regal muss wieder raus. Hier muss einmal komplett alles nackig gemacht werden. Denn hier kommt ein komplett neuer Fußboden rein. Begleicht das Ganze aus. Epoxidertzbeschichtung. Oben eine Epoxy- oder PU-Beschichtung. Weißt du noch nicht ganz genau. Hier drin. Alles schon. Regal reingebaut. Ein bisschen System. Kaffeemaschine. Ist die ordentlich, Steffi? Mhm. Und hier hat es auch. Du bist nicht begeistert von meinem System, oder? Steffi? Nee. Es wird aber geil. Und hier ist auch schon alles schön systemmäßig eingeräumt. Alles an Orte und Stelle. Hier auch noch mal alles ordentlich. Geil. Also Donnerstag Gewinnspiel. Und am Freitag dann. Das wird ein Mehrteiler. Wer mich schon länger verfolgt, kennt das Problem mit dem Küchentisch. Den. Sieh einfach raus. Sag mal, wie viel zwei Küchentische ich gebaut habe? Hässlich. Wieso ist der hässlich? Nein, der nicht schön ist. Da sind keine Schmetterlinge drauf. Da sind keine Schmetterlinge drauf. Das sind Intarsien. Seht ihr alles dann im Video. Es wird auf jeden Fall ein Mehrteiler. Ich hoffe, ihr habt Bock auf dieses Projekt wie ich. Das Ding hat uns ja ein paar Jahre verfolgt. Gerade die von Anfang an auf Instagram dabei waren. Wissen Bescheid? Einfach aus Massivpullen mit Handwerkzeugen einen fucking Tisch gebaut. Premium geil. Also, das war's. Das war eigentlich bloß ein kurzes Video heute. Willst du noch was sagen? Wieso willst du nicht noch? Du bist wunderschön. Ey, gerade in diesem Licht. Wahnsinn! Also, der Umstieg zu Festool hat sich definitiv gelohnt. Und weil immer wieder Fragen kommen wegen Akkuschraubers. Wollt ihr mal ein komplettes... Wie soll ich es denn nennen? Übersichtvideo über Akkuschrauber. Ich habe mit vielen Firmen jetzt schon gearbeitet. Durch Kollegen, die haben immer verschiedene Firmen. Soll ich da einfach mal mit Senf dazugehen? Und wegen Akkuschrauber mal gucken, was sich lohnt, welchen man wirklich braucht. Dann schreibt es in die Kommentare. Also, wir sehen uns Sonnertag. Ich gebe euch einen fetten Kuss auf die Nuss. Und ciao, Kakao! Jetzt machen wir so. Oder kannst du sagen, Kuss auf die Nuss und ciao, Kakao? Und jetzt sagst du, ciao, Kakao. Und haust mir der Faust hier drauf. Drei, zwei, eins. Mua!